hallo und herzlich willkommen zum gunsmith simulator ja ich habe ja schon in meinen nachrichten angedroht dass ich so einige simulatoren habe und einige davon auch vorstellen möchte jetzt weiß ich noch nicht genau ob ich hier von ganzes let's play machen werde aber das thema an sich interessiert mich wirklich sehr also seit ich klein war will ich jetzt nicht sagen aber seit ich jung war interessiert mich das thema waffen immer schon sehr ich will da gar nicht so mit schießen oder sonst was ich will auch nicht in krieg ziehen sondern einfach nur wie liegt meine waffe aus wie nimmt man eine waffe auseinander wie setzt man sie wieder zusammen wie reinigt man sie und so weiter fragt mich bitte nicht warum aber das hat mich schon immer wahnsinnig interessiert vielleicht auch genau deswegen weil mir das keiner erklären konnte weil sich da keiner mit ausgekannt hat und jetzt habe ich einen simulator gefunden der im übrigen jetzt auch gerade im angebot war ich denke jetzt auch aktuell noch ist auf steam und ja den werden wir uns jetzt mal zu gemüte fügen wir werden jetzt diesmal eine längere folge aufnehmen und da muss ich mal gucken normalerweise mache ich ja immer so diese vorgestellt oder diese angespielt folgen über drei folgen in der regel und dann schauen wir mal wenn es mir richtig richtig gut gefällt dann kann es sein dass ich dann danach die folgen ein bisschen kürzer halte also höchstens eine halbe stunde weil ich ein let's play daraus mache es kann aber auch sein dass ich tatsächlich nur angespielt muss ich mich noch entscheiden mein name ist game player das hat man anscheinend schon sehr gut aus meinen steam daten rausgezogen werkstatt level 1 e mail überprüfen sie haben die möglichkeit neue fähigkeiten zu erwerben ok dann also da könnte eventuell der bereich sein wo dann e mails und so weiter ankommen wir schauen uns hier aber erstmal eben kurz um das sieht ja aus wie eine riesengroße eine riesengroße werkstatt hier gibt es dann noch mal eine übersicht über die einzelnen kaliber so wie es aussieht von den patronen ok ohne waffe kann man hier nicht arbeiten ja ich will ja auch nicht hier arbeiten ich will mich erstmal kurz umsehen auf jeden fall grafisch muss ich ganz ehrlich sagen sieht das schon sehr sehr toll aus kommen wir hier rein ja vielleicht später mal bierflaschen stehen natürlich auch hier im weg rum oh hier hinten geht es auch noch mal weiter holla die waldfee was das denn fräsen lernen ok ich glaube es wird doch ein let's play weil das gibt so viele sachen die man hier entdecken kann dass ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen geschockt bin ich hatte jetzt nicht mit so viel gerechnet was ist das für eine maschine zum holz drechseln ok das kann ich nicht ganz sehen doch links das sind muttern das kann man erkennen ich denke mal das andere hier sind schrauben äh nicht schrauben äh nägel hier steht auch nägel drin bei bei den anderen bin ich mir jetzt nicht sicher ich kann auch nicht so genau lesen was da eigentlich drauf steht das ist so ein bisschen halb durchsichtig aber sieht auf jeden fall sehr sehr interessant aus hier hier haben wir auch noch mal eine ecke ohne waffe kann man hier nicht arbeiten ah ich vermute mal dass also ja oben links steht es ja auch dass es hier lackiert wird wollte ich gerade sagen steht aber auch lackiert tisch dran sieht schon mal richtig gut aus also ja hier geht es auch noch mal weiter hier ist irgendwas was laut ist auf jeden fall sind hier kopfhörer sieht man jetzt aber nicht noch laut aus hier hängt nur das werkzeug ist auch cool gemacht oben mit der säge und so also sieht optisch auch sehr gut aus sehr aufgeräumt aus mit teilbearbeitung kann man hier machen aber ich bin jetzt wirklich ich bin gerade etwas überwältigt von den ganzen sachen die hier stehen du brauchst schmutzige teile um sie hier zu bearbeiten ah das ist wahrscheinlich dann ja 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 wenn die auseinandergelegt werden oder sie werden wahrscheinlich auseinandergelegt und dann aha hier werden nehme ich mal an die waffen drin sein hier können sie waffen an denen sie gerade nicht arbeiten sicher aufbewahren ja ich sollte auch mal oben in der ecke gucken ich habe es ja eben schon erwähnt das einzige bevor wir jetzt hier reingehen ich werde noch mal ganz kurz in den einstellungen gucken weil ich finde das zu schnell mit der maus da sieht man überhaupt nichts und dann wird immer alles unscharf da stelle ich mal ganz kurz ein und bin sofort wieder für euch da so ich hoffe dass das jetzt besser ist weil ich habe es jetzt wirklich aus minimum runter gestellt klicke um am pc zu arbeiten ok wir sollen uns die e-mails angucken die sind hier willkommen in der werkstatt von larry terrier mein geliebter enkelsohn ich möchte mit dir über die waffenschmiede werkstatt sprechen die du von mir bekommen hast wie sieht es aus ich würde dir gerne helfen und mein wissen über waffen mit dir teilen ich bin mir sicher dass du dich damit auskennst aber es gibt leichte und schwere waffen zu reparieren und zu testen und einige davon können wirklich unangenehm sein trotzdem glaube ich an dich schau dir meine pistole an die ich dir über die waffenschmiede leistungen geschickt habe was über die waffenschmiede leistungen vor allem über die waffenschmiede leistungen entschuldigung es ist nur ein f du kannst sie hier per e mail annehmen da die dienste miteinander kooperieren es ist eine einfache colt m 1911 die ich schon lange besitze sie muss aufgefrischt werden das ist klar es gibt auch eine anleitung dafür viel glück beste wünsche larry ja damit nehmen wir dann wahrscheinlich die den auftrag an sozusagen der neue auftrag ist auf unserem radar großvaters gold das ist so ein schöner name vertragsbeschreibung säubern und einen laseraufsatz anbringen wieso was hat er denn jetzt noch mit der waffe vor äh to do neu konfigurieren reparieren anpassen optional testbetrieb ja er hat ja was von testen also schießen gesagt und ins feld bringen ins feld bringen soll ich die bei uns ins maisfeld rein werfen oder was wer sich von euch damit auskennt ich habe keine ahnung falls das jetzt irgend so ein spezieller begriff war ähm ja dann haben wir das anscheinend angenommen können wir denn auch einfach jetzt hier raus gehen haben wir das denn packe den koffer aus sagt mir bitte dass ihr das markiert habt okay hier ist ein koffer ja hier sind anscheinend unsere neuen aufträge immer ja normalerweise guckt man ob magazin drin ist ich denke mal das sollte diese bewegung sein eine halbautomatische pistole die in ihrer grundkonstruktion das prinzip des kurzen rückstoßes nutzt entwickelt im jahr 1911 oh die ist schon was älter von john broning dank ihrer einfachen konstruktion weiterhin kopiert es wird angenommen dass der colt m 1911 die beste kurzwaffe ihrer zeit war colts sind generell nicht schlecht muss ich dazu sagen so was haben wir denn hier du musst den colt säubern und einen leseaufsatz anbringen das ist mir schon klar ich habe doch keine ahnung wie ich das mache ich klicke einfach mal auf arbeit okay okay ich liebe es ja immer wenn mir alles angezeigt wird wie es gemacht wird und ich hasse es wenn ich dann die erste runde habe das selber zu machen ähm der kunde will eine schiene warum will der eine schiene er wollte einen laser schienen und langer lauf ach so ach so ja hier steht nicht der kunde will okay also nehmen wir das und dann können wir das montieren dadurch ist die mobilität ein bisschen weniger die handhabung ist ein bisschen schlechter ja würde ich persönlich auch sagen weil das sieht komisch aus wenn das da so dran hängt so und jetzt was mache ich jetzt unbekannt demontieren und okay sagen die mir dann auch nachher wieder was wo dran kommt äh du musst das gewehr es ist eine pistole aber danke in seine einzelteile zerlegen um es zu reparieren auswurf müssen wir den als erstes machen ich habe ehrlich gesagt keine ahnung was wo ist kann man das drehen anschein ne ich kann nur hier das bild ein bisschen drehen halten zum löschen ich will das nicht löschen achso löschen meinen die damit rausholen okay magazin ist draußen schon mal sehr wichtig äh ich finde aber jetzt den auswurf nicht es geht schon los ihr lieben ich kann das ding nicht drehen das ist gerade mein problem ich würde jetzt sagen auswurf ist irgendwas ne hier unten wo was raus geworfen wird wie das magazin oder von mir aus noch vorne am lauf wo dann die pistole raus kommt oder so auswurf kenne ich nicht moment was war das jetzt hier nochmal stopfen der rückstoßfeder die soll ich auch rausnehmen also ich soll anscheinend alles rausnehmen oder ich bin mir nicht sicher abzugsstück das markiert der nicht oder ist das da nicht mit gemeint magazinverriegelung haben wir die auch die haben wir auch halten zum lösen gleich ist das ding komplett auseinander genommen und ich hab alles falsche sachen raus geholt moment nein ich kann mir das anzeigen aber jetzt ist es rot moment ja er zeigt es mir an aber er zeigt es mir hier rot an nein doch wieso zeigt er mir das rot an das ist die laufbuchse die sollen wir auch rausnehmen achso weil ich das wahrscheinlich moment ich nehme jetzt das ganze ding einfach auseinander ich werde jetzt was machen was ich im Leben nie wieder richtig machen kann wie ich befürchte ich nehme jetzt einfach alles hier raus so ich denke mal das ist auch tatsächlich so gewollt wenn man eine echte waffe muss man dann da auch diese kleinen schrauben und so ja das ist eigentlich logisch ne diese also bolzen sind es eher so wie das aussieht aber das ist schon viel arbeit wenn wir die jetzt tatsächlich so komplett auseinander nehmen müssen ich hoffe das muss jetzt nicht jedes mal so auseinander genommen werden um die zu reinigen das wäre schon ne ich kann hier aber nichts mehr hier wird nichts mehr grün und wie gesagt ich kann jetzt hier ach doch moment ich kann mich so bewegen ja aber da kann man doch nichts mehr auseinander nehmen oder weil hier wird nichts mehr grün wie gesagt ich bin jetzt kein profi in sachen waffen ich will euch aber das spiel gerne vorstellen vielleicht seid ihr ja profis in sachen waffen Kameraeinstellung wechsle vorwärts und rückwärts richtung also ich wissen wie das geht das hat mir hier keiner gesagt vollständig demontieren da muss doch irgendwas er macht doch hier irgendwas ne das ist aber immer gelb glaube ich kann man die hier unten Moment kann man die hier unten hinlegen die sachen ihr wollt mich veräppeln Moment ach hier ist auch noch was ach ich dachte das ist jetzt alles nur an dem großen dran was wir machen können ah aha sagt mir das doch einer ich hab von waffen doch keine ahnung ich interessiere mich für so viel aber ich hab doch jetzt tatsächlich keine ahnung wie man das auseinander nimmt so da ist noch was äh da und da ist noch was Feder können wir auch noch abmachen ah jetzt macht er das automatisch ah ok die sachen sind kaputt die fehlen generell wieso fehlen die die sind schmutzig reinige sie mit einem Lappen ok wenn ihr mir sagt wo ich einen Lappen herkriege und welche das sind wenn ich jetzt hier rausgehe weil das sind also es sind vier Teile schmutzig und vier kaputt ich denk mal hier diese sind die das? ne das ist eher das hier oder? das fehlt deswegen ist das rot verlasse den Tisch ok reinige sie teile kaufen teile kaufen bitte sagt mir welche teile das waren ich weiß es nämlich nicht mehr einkaufsliste das ist die hier rechte aber es fehlt noch nicht so viele teile oder? moment schau mal hier wir brauchen handfeuerwaffen laser achso hier ja klar das fehlt natürlich weil das ist das was er haben wollte zusätzlich so wie ich das verstanden habe so dann achso hier oben sind die auch nochmal drin das ist der Anbieter da brauchen wir eine Hammerstrebe und eine Magazinfeder Magazinfeder Magazine Magazinefeder Colt ja klar das ist der so dann Hammerstrebe ich habe keine Ahnung was das achso Moment ich kann ja was eingeben den Namen der den Namen der Waffe kann ich eingeben bringt uns das was? Colt M 1911 Hammerstrebe Hammerstrebe Hammer haben wir hier meinen die das mit Hammerstrebe? also das Ding heißt jetzt hier Hammer und rechts steht Hammerstrebe deswegen bin ich mir da jetzt nicht so sicher ehrlich gesagt Schlagbolzenfeder die brauchen wir auf jeden Fall dann äh linke Unterlegscheibe den linken Griff meinen jetzt nicht damit, ne? achso wir haben mehr Seiten ach das habe ich gar nicht gesehen Moment äh Magazinfeder Hammerstreber äh Hammerstrebe Hammerstrebe war das Hammerstrebe gib deine Suche an bleibt das dann hier drin mit der Waffe wenn ich Hammerstrebe eingebe wenn ich es denn eingeben könnte und mich nicht vertippen würde Hammerstrebe hier ja das ist doch cool dann Unterleg Linke Unterleg Schiene habe ich eben Schreibe gesagt? oh mein Gott ich kann heute auch nicht mal richtig lesen Rechte untergebaute Schiene Rechte untergebaute Schiene das brauchen wir noch und Abzugs äh was Abzugs Stückfeder Abzugs Stückfeder so Warenkorb da musste er auch bei mir aber viel Geld geben hier, ne? das ist nicht mal eben so so, wurde bestätigt zurück zum Shop einmal raus Nimm die Teile ich liebe diesen diesen kurzfristigen 24-Stunden-Service ähm das macht man hier ne das ist der Reinigungstisch Moment neue Teile müssen auf den Montagetisch gelegt werden das sind die verschmutzten Teile achso die waren schon ausgewählt die legen wir mal hier hin Putzlappen aufheben das kann ich das habe ich bei ganz vielen anderen Spielen auch gemacht wobei es hier sehr viel schneller geht muss ich sagen wieso ist der noch nicht fertig? hallo? kann man hier irgendwas übersehen? kann man das Ding kann man noch nicht drehen, ne? hallo? das zeigt ja an, dass das fast fertig ist hallo? hallo? es ist ja nur noch dieses Fisselchen dieses kleine Stückchen boah, das war jetzt nicht die Kante hier unter dem Bild, oder? Reinigung beendet ok haben wir das schon mal gemacht huch, neue Fähigkeit Wartung sehr cool auch eine funktionierende Waffe sollte gereinigt und geölt werden drücke rechte Maustaste sooo, dann weiß ich aber immer noch nicht oder muss ich da drauf klicken, um das rauszuholen Teile, die auf dem Tisch liegen links links was heißt denn das jetzt? hm ohne Waffen kann man hier nicht arbeiten Moment, warum ist das? achso, da war die Waffe drin die Frage ist jetzt nur was mache ich jetzt mit dem Päckchen? neue Teile müssen auf dem Montagetisch gelegt werden das ist doch das hier wie lege ich die denn hier drauf? das würde ich gerne wissen weil das steht hier nämlich jetzt nicht drin Nimm zum Interagieren das ist gebrochen achso aha sagt mir doch einfach, dass ich das auswählen muss um es dann zu ersetzen ok wo haben wir die Feder? ich dachte ich müsste jetzt das Paket vorher noch öffnen oder so Beschaffung abgeschlossen sehr schön Lappen zum Einölen das ist wahrscheinlich der hier ja, aufheben so, dann ölen wir alle Teile nochmal ein welches ist denn das jetzt hier das? das ist Schlagbolzen Auswurf hier achso, das macht er automatisch wenn man drauf klickt ok, das ist gut Hammerstrebe das auch was ist das hier eigentlich? warum fehlt das? nochmal so am Rande eigentlich schade auf der anderen Seite aber auch wieder gut, dass ich das jetzt hier nicht alles einölen muss weil wenn das nicht so ganz präzise ist, würde das jetzt auch nochmal entsprechend länger dauern habe ich mich gerade erschrocken ok, Wartung abgeschlossen Zusammenbau der Teile oh mein Gott jetzt kommen wir zu dem Teil, vor dem ich am meisten Angst hatte Auswurf das ist das jetzt kannst du deine Waffe zusammenbauen, um sie wieder ganz zu machen und wie? achso, halte zum Einfügen ach, der macht das auch schon sehr schön sehr schön ich mag euch ich mag euch sehr ich lerne auch dadurch, dass ich schaue ich werde es wahrscheinlich niemals behalten, aber ich lerne auch durchs Zuschauen ich dachte schon, ich muss jetzt tatsächlich hier alles alleine wieder zusammenfügen und muss dann herausfinden, was wohin kommt also haben wir jetzt schon mal rausgefunden das Spiel ist auch für Doofköpfe wie mich die sowas nicht können und keine Ahnung davon haben die können es trotzdem machen also macht mir das jetzt gerade doppelt Spaß ok dann die Feder hat er die jetzt rein gemacht? ja, ne? so ja, die ganzen Bolzen, die da drin waren ich sehe jetzt gerade nicht so viel erstmal die Seite rein warum können wir die noch nicht jetzt können wir die auch warum müssen wir erst die eine und dann die andere Seite ich will nicht wissen, wie das aussieht, wenn einer tatsächlich seine äh Waffe auseinander nimmt und danach wieder zusammensetzt weil das heißt ja immer so beim Militär hat man ich weiß nicht wie da jetzt die Zeiten sind aber nur eine gewisse Zeit, sag ich mal um das Ganze auseinander zu nehmen und wieder zusammen zu bauen wenn ich mir vorstelle gut, die haben natürlich mehr Ahnung davon als ich muss ich dazu sagen ich habe noch nie ja, noch nie eine echte Waffe in den Händen gehabt ist falsch ausgedrückt, aber ähm ich habe noch nie eine Waffe auseinander genommen dementsprechend wüsste ich natürlich überhaupt nicht was jetzt genau wohin kommt ich finde es aber trotzdem sehr interessant das Ganze mal zu sehen sollte ich jemals eine Waffe haben dann werde ich das Spiel nochmal spielen und gucke mir dann genau die einzelnen Schritte an wie ich die auseinander nehmen kann und wieder zusammenbauen kann nein äh, beenden Sie die Arbeit und nehmen Sie Ihre Waffe ok neue Fähigkeit Konfiguration Wechsel der Varianten innerhalb des selben Waffenmodells heißt was? das ist ja keine Modifikation, ne? deswegen am Anpassungstisch nimmt zum drehen Montieren Sie die Handfeuerlaser Handfeuerwaffenlaser so so also, nimm zum drehen geht nicht und wie kriege ich jetzt die Laser da dran? wo sind... achso, Moment ah, hier ist das so klein? ich hätte mir das jetzt größer vorgestellt beenden Sie die Arbeit nehmen Sie die Waffe soll ich die erst nehmen? ne, einfach nur beenden ok neue Fähigkeit Anpassungen einzigartige nicht funktionale Veränderungen wie Zubehörteile und Farbe Farbe kommen wir jetzt zur Farbe an den Kunden zurücksenden oder im Schießstand testen ja, wir testen doch das ist doch klar ist der hier hinten gewesen? ich habe den eben irgendwo gesehen das ist zurückschicken muss ich dann wenn du eine Waffe im Einsatz testen willst musst du sie erst in deinen Truck laden aha warum? Waffe aus dem LKW nehmen? zum Öffnen des LKWs klicken zum Fahren wo fahren wir denn? ah es gibt ok es gibt verschiedene Sachen also normaler Schießplatz ist ja das mit unbeweglichen äh Zielen sag ich jetzt mal und da läuft man dann so durch und kann dann darauf schießen willkommen im Schießstand drück rechte Maustaste um zu zielen linke um zu schießen F um den Feuerwahlschalter oder die Sicherung zu ändern ok wenn du mehrere Waffen mitbringst kannst du sie mit 1, 2, 3, 4 ausrüsten einige Waffen haben variable Eisenvisiere oder ein Zielfernrohr das auf eine genaue Entfernung eingestellt werden kann stelle sie mit dem Mausrad ein ach so dann kann man aber nur hier einstellen wahrscheinlich nicht oben bildlich oder? du bist nicht auf eine bestimmte Menge an Munition beschränkt du kannst hier aber prüfen wie viel du in der Kammer dem Clip oder dem Magazin hast also mit anderen Worten wir haben unendlich viel Schuss aber es sind immer nur sieben Stück in der Kammer drin beziehungsweise nicht in der Kammer sondern im Magazin drin wenn du die Tastenbindung vergessen hast findest du sie in diesem Bereich ach so das ist gut das ist sehr schön vielen lieben Dank an die Entwickler ihr habt euch wirklich Gedanken gemacht weil es da auch Leute gibt wie mich die alles vergessen sofort nachdem sie es gehört haben oder gelesen haben ähm play shooting klicken genieße das Schießen oder geh nach Hause ja ich kann es nicht genießen weil ich gerade noch nicht weiß 20 Meter ah ok Moment wie war das jetzt? oh ups nein drücke eher ok also man muss ein bisschen tiefer halten was komisch ist weil ich habe das mit einem Gewehr gelernt damals also so ein Luftschuss gewehrt dass man äh eigentlich ein bisschen höher halten muss höher war es glaube ich weil der doch einen ziemlichen Rückstoß hat gut der hier ist rückstoßarm hieß es ja wenn ich das genau auf dem Weißen mache unter dem Weißen dann geht er nämlich immer noch auf die Neuen naja gut ok ist ja jetzt nur mal um das zu probieren äh irgendwas um abzuschließen ähm ich kann das nicht lesen da oben muss ich eine spezielle Punktezahl machen um das abzuschließen oder wir ballern jetzt einfach mal unser Magazin oh man sieht aber wenn man direkt hintereinander schießt seht ihr das? wo der grüne Punkt dann ist erst bleibt er auf 9 wenn man zwei Schüsse macht naja man kann es jetzt gerade nicht machen dann geht das richtig nach oben so zwei hintereinander zack direkt auf zwei hoch das ist schon krass also liebe Polizisten und auch sonst alle anderen die äh schießen müssen während ihrer Arbeit immer hintereinander also niemals hintereinander schießen sondern immer äh kurz zwischendurch zurückhalten ich weiß nicht was ich jetzt brauche um abzuschließen ich mach mal einfach auf 300 würde ich sagen entweder funktioniert das so das funktioniert halt nicht halte den Atem an Moment links shift fisch ok Laser umschalten ähm Steuerung egal ob ich jetzt gedrückt halte oder nicht da passiert nichts aber beim Atem anhalten doch da war glaube ich gerade was rotes oder? konnte ich gerade was sehen? ich weiß es nicht wir haben unsere unsere 300 durch ah doch ja hier lese an lese aus ok kann nicht mit dieser Waffe arbeiten ja gut ich will auch nicht damit arbeiten ich will es ausprobieren klicke um Anpassungen zu bearbeiten Zubehörteile entfernen klicke zum öffnen One-Mack-Challenge lade bis zu 10 Schuss und schließe auf äh und schieße auf die erscheinenden Ziele wenn du nachlädst ist die Runde vorbei ok na gut ich hab ja nur 7 Schuss 60 Sekunden schieße so viele Ziele wie möglich in 60 Sekunden ab Scharfschütze ein Ziel erscheint und du musst so schnell und präzise abschießen und das was wir jetzt gemacht haben ist jetzt freies Schießen gewesen ah ok hätte ich mir vorher angucken sollen aber gut und was ist das hier hinten da gehen wir nochmal kurz hin das ist nur oder Trap schießen schieß von einer Position aus auf Scheiben die vor dir wegfliegen oh sowas habe ich immer gehasst Wettbewerbs Skit Skit schießen nach den Wettbewerbsregeln ok aber nicht mit einer Pistole das ist glaube ich nicht so toll ich denke mal hier läuft eine Katze rum wenn ich hier die Dinger rumfliegen sehe ok ja dann haben wir das aber auf jeden Fall auch mal gesehen und getestet sieht auch ganz hübsch aus hier also auch grafisch muss ich sagen doch gefällt mir auf jeden Fall dann müssen wir die diesmal nicht mehr reintun sondern können direkt drüber das ist gut ja das ist gut ja das ist gut ja das ist gut den Kunden jetzt weiß ich nicht das war hier irgendwo versandtisch ohne Waffe kann ich nicht arbeiten achso die sind noch im Auto achso ich dachte die nimmt er jetzt automatisch mit raus ja gut achso ok drücken um die rauszuholen ne ok das war jetzt ein bisschen unlogisch ich muss die quasi ablehnen mit x damit ich sie rausholen kann na gut gut durchgeführte Aufgaben Konfiguration Demontage Verarbeitung Wartung Montage und Anpassung der Kunde hat den Auftrag angenommen alles wurde gemäß der Richtlinien erledigt Zusammenfassung der Bestellung keine Belohnung hallo was soll das denn heißen Teilebudget 245 von 245 was auch immer das heißen mag neuer Fertigkeitspunkt ist verfügbar wir haben also ein Level abgemacht damit ja wunderbar würde ich sagen an den Kunden zurücksenden jetzt können sie die reparierte Waffe an ihren PC über ihren PC an den Kunden senden ok ich dachte wir wären jetzt fertig aber wir müssen es noch zurücksenden Büchsenmacherdienste zurücksenden zack willkommen bei Gunsmith erster Auftrag ist abgeschlossen sehr schön und wir haben direkt eine neue E-Mail bekommen online nach Aufträgen suchen verfügbare Punkte ja du kannst deine Fähigkeiten verbessern da wollte ich eigentlich jetzt gerade mal nach gucken kann man das über das Menü hier machen ne da kann man nur speichern und so weiter das kann man übrigens jederzeit speichern finde ich gut aber wo ich jetzt meine Fähigkeiten verbessern soll oder ist das jetzt irgendwas hier drin Büchsenmacherdienste das sind unsere Aufträge ja hätte ich jetzt doch nicht reingehen sollen oder kann ich das hier drüber machen ne also ich bin jetzt ein bisschen oder Fähigkeiten ah cool Fertigkeiten verbringe Erfahrungen um dein Handwerk zu verbessern Beherrschung Kenntnisse über bestimmte Waffen erleichtern den Umgang mit ihnen hm wäre ja beides gut oder kriege ich jetzt beides ne ich muss eins auswählen ne nehme ich mal an Erfahrung um dein Handwerk zu verbessern ich könnte mir vorstellen dass man dadurch dann wieder andere Waffen vielleicht kriegen könnte Beherrschung Kenntnisse über bestimmte Waffen erleichtern den Umgang ich mache mal Fertigkeiten Rabatt ermöglicht es beim Kauf und zu beurteilen einen Rabatt zu bekommen das wäre natürlich cool das wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht schnelleres Schrauben ja gut das muss nicht unbedingt sein schnellere Reinigung ja viel effektiveres Sandstrahlen können wir auch später mal nachgucken ermöglicht schnellere Oxidation achso das kann ich ja eh noch nicht machen ähm Rücken soll wohl zurück heißen nehme ich mal an ok und wenn man auf Beherrschung geht wenn du an einem Waffenmodell arbeitest wirst du es immer besser beherrschen das ermöglicht dir besondere Vorteile Kompetent erfahren ermöglicht das schnelle Zerlegen dieser Waffe Meister ermöglicht die schnelle Montage und Demontage gut würde ich natürlich auch gerne machen ist aber glaube ich jetzt nicht so wichtig ich denke mal tatsächlich das Wichtigste wären die 5% hier da werde ich jetzt erstmal den Punkt rein machen und auf den Rücken drücken ja wunderbar ihr Lieben ich weiß ich habe da nicht so die Ahnung von und ich weiß ich für mich ist das alles so ein bisschen in den Kinderschuhen und dass ich das alles lernen muss und so weiter aber ihr habt sicher einen guten Einblick denke ich mal jetzt von dem Ganzen bekommen und ich bin ganz ehrlich ich bin begeistert wie das Ganze aussieht was man hier alles machen kann was man schon angedeutet hat was man später noch alles hier machen kann also ich habe totales Bock totales Bock genau total Lust so da drauf hier weiter zu machen und da auch ein Let's Play von zu machen leider kann ich die natürlich jetzt nicht alle so hintereinander machen wie ich die gerne möchte weil diese Let's Plays dauern natürlich ziemlich lange je nachdem was das für ein Spiel ist bis man vielleicht ein bisschen ins freie Spiel kommt oder so oder eigentlich ist es ja schon fast das freie Spiel was wir jetzt bald machen ich sag mal so 20-30 Folgen wird man normalerweise immer machen bei so einem Simulationsspiel ich kenne jetzt keins was jetzt nicht so lange dauert ich bin gerade noch an ein, zwei anderen Simulationen die würde ich schon gerne zu Ende machen oder zumindest so weit machen wie es jetzt im Moment das Spiel zulässt ich meine da kommen ja auch immer mal Erweiterungen dann rein die werden wir dann auch auf jeden Fall in Zukunft noch machen und ich sag da jetzt einfach mal Aquarist beispielsweise da habe ich ja jetzt auch mehr oder weniger gerade ist angefangen habe jetzt so 15 Folgen oder so glaube ich bisher aufgenommen sind noch nicht alle hochgeladen beziehungsweise freigegeben aber ich muss ganz ehrlich sagen es macht mir schon sehr großen Spaß also ich werde auf jeden Fall das Gleiche hier machen wie ich das auch mit dem Modellbau vorhabe nämlich dass ich jetzt erstmal drei Folgen dazu aufnehme und dann entsprechend hochlade das werde ich dann auch hier machen damit wir mal ein paar andere Sachen auch noch kennenlernen weil da werden bestimmt auch noch Leute drin sein wo wir dann Sandstrahlen benutzen müssen wo wir dies benutzen müssen und das machen müssen wo wir es anders lackieren müssen in einer anderen Farbe und so weiter und das sind natürlich jetzt keine besonders aufregenden Änderungen sage ich jetzt mal aber es sind bestimmt auch neue Waffen dabei die wir uns dann angucken können und ja also ich habe jetzt auf jeden Fall schon sehr sehr großen Spaß da dran und ich werde es weitermachen schreibt mir aber trotzdem gerne in die Kommentare wie ihr das Ganze gefunden habt ob ihr überhaupt Lust darauf habt das Ganze so anzugucken oder ob ihr meint ja drei Folgen sind okay aber so ein richtiges Let's Play wollen wir jetzt von dem Thema gar nicht haben oder ob ihr meint die Frau ist zu doof dazu das können wir uns nicht antun drei Folgen sind das Äußerste bloß nicht mehr schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare und ja danke fürs Zuschauen wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ciao Vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren dann oder